Gute Morgen! Hier ist STO am Karfreitag um kurz nach sechs. Heute geht es an die Hook und da wollen wir mal gucken, dass wir uns da textlich ein bisschen was einfallen lassen. Also heute geht es ein bisschen schreiben, bisschen irgendwie was komponieren. Man muss halt ballern, wie immer. So, hab ich mal was für die Gitarre überlegt. Klingt so. Ich habe es jetzt ein bisschen gestückelt. Da muss tatsächlich noch eine Explosion rein, nämlich immer bei diesem Break. Klingt so. Kurzer Zwischenstand. Da das Ganze eigentlich schon so fett klingt, habe ich total vergessen, dass da noch ein Bass fehlt. Also, ich werde jetzt erstmal Bass einspielen. Sehr gut. Ich hab so viel im Kopf und der Scheiß muss raus, also reiß ich auf, ich bin einfach so laut. Ich hab so viel im Kopf und der Scheiß muss raus, also reiß ich auf, ich bin einfach... So, also ich weiß auch nicht irgendwie. Das ist schon ganz geil. Es fehlt noch so dieser kleine Feinschliff. Hört euch den Schnipsel doch einfach mal an und ich melde mich wieder allerspätestens übermorgen und müsste den Track dann fast fertig haben. Kümmer mal Höhen, Rass und Bass rein und dreh mal mehr auf. Ja genau, mach mal sehr laut. Das muss doch schütteln in der Magengegend. Das muss doch kribbeln in den Abendwegen. Wie jetzt? Ich hör nicht, dass es zerrt. Na komm schon, Digga, mach ein bisschen mehr. Na sicher, gib dir ein Stück, wird das her. Ist doch alles Menschen der Hammer, so richtig legendär. Sie drehen laut auf. Er dreht laut auf. Sie drehen laut auf. Wir drehen laut auf. Ich hab so viel im Kopf und der Scheiß muss raus, also reiß ich auf, ich bin einfach... So laut! Auf die Box und den Vibe und den Sound, also reiß ich sie auf, ich bin einfach... So laut! Ich geh voll gern, solange es noch geht, ich mach laut, bis mich jeder versteht. So laut! Bis auf Anschlag, so wie ich es brauch, ich bin drauf und die Crowd rastet aus. Wir sind laut!